Damit Bewusstsein ein effektives virtuelles Lernumfeld bereitstellen kann, muss es sowohl die Vergangenheit aufzeichnen, als auch abschätzen, in welche Richtung sich das System in Zukunft weiterentwickeln könnte. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit menschlichem Verhalten. Auch unser Leben ist effizienter, wenn wir uns unserer Vergangenheit bewusst sind, denn wir können aus der Vergangenheit lernen. Genauso müssen wir im Auge behalten, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen und wie wir dieses Ziel am besten erreichen. Die Vergangenheit ist Teil unserer Bildung, denn wir lernen durch Fehler. Aufmerksam bezüglich dessen zu sein, was in Kürze auf uns zukommt, ermöglicht es, vorbereitet zu sein. Dadurch erhöht sich die Effizienz des Entwicklungsprozesses. Die Interaktion mit anderen funktioniert besser, wenn man vorbereitet ist. Das Bewusstseinssystem berechnet unsere physische, materiebasierte Realität. Unsere Realität als physisch und materiebasiert zu bezeichnen, entscheidet vielleicht redundant. Aber es gibt auch andere Realitäten als unsere eigene, zum Beispiel nicht-physische Realitäten. Und dort gibt es auch nicht-physische Materie. Unsere Realität wird in kleinsten Delta-T-Schritten berechnet. Ein Delta-T entspricht dabei der kleinstmöglichen Zeiteinheit unserer Realität. Wie jede dynamische Simulation verfügt auch unsere Realität über eine äußere Zeitschleife. Die Realität wird in Delta-T-Zeitschritten immer wieder neu berechnet. Falls jemand unter Ihnen Programmierer ist, dann kennen Sie vermutlich dieses Konzept einer äußeren Zeitschleife. Wenn die durchlaufen ist, zählt man den Zeitzähler um eins hoch, rechnet den gesamten Programmcode erneut durch und beginnt dann wieder von vorn. Wir leben also in einer dynamischen Simulation, denn wir bewegen uns. Dynamisch bedeutet hierbei einfach, dass es zeitliche Abläufe gibt. Weil wir lernen wollen und wir dabei sowohl unsere Vergangenheit im Auge behalten, als auch unsere wahrscheinliche Zukunft abschätzen wollen, gibt es Datenbanken für diese Informationen. Ich werde diese Datenbanken aus Anschaulichkeitsgründen in drei Teile aufspalten, aber eigentlich gibt es nur zwei Datenbanken. Es ist aber einfacher zu erklären, wenn man von drei Datenbanken ausgeht und sie später in zwei Datenbanken zusammenfasst. Die erste Datenbank ist die Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft. Sie übernimmt die Vorausberechnung unserer Realität. In ihr findet man alle möglichen zukünftigen Ereignisse und die zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten für diese Ereignisse. Es gibt also ein Realitätskonstrukt, das voller individueller Bewusstseinseinheiten und einer Riesenmenge an Dingen ist. Weiterhin geht in dieser Realität ein Regelsatz, der durch Physik, Biologie und andere Wissenschaften beschrieben wird. Und dann gibt es da noch Zeit, die abläuft. Im gegenwärtigen Moment, also diesem Delta T, trifft jeder Mensch Entscheidungen. Wir verfügen über einen Raum an möglichen Entscheidungen und wir treffen dann Entscheidungen und verhalten uns entsprechend. Das System, mit dem wir leben, berechnet voraus, welche Entscheidungen wir treffen könnten und auch, wie sich alles andere verhält. Also zum Beispiel für einen Ball, der den Berg runterrollt, wird berechnet, wo er als nächstes hinrollen wird. Genauso wird auch unser Verhalten als Menschen vorausberechnet. Sie sagen jetzt vielleicht, das ist aber schwer, weil Menschen oft unberechenbar reagieren. Aber bedenken Sie dabei, dass für diese Prognose alle Informationen unserer Vergangenheit berücksichtigt werden können. Alle unsere früheren Entscheidungen, genauso wie alle Gefühle, die wir jemals erlebt haben. Vom ersten Schrei als Kleinkind bis zur Gegenwart. Das System hat nicht nur diese Daten zur Verfügung, sondern auch noch ältere Daten, zum Beispiel aus ihrem früheren Leben. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Entscheidung steht zur Verfügung. Daher ist ihr zukünftiges Verhalten relativ gut abschätzbar. Da eine Delta T-Zeiteinheit so extrem klein ist, muss das System nur einen klitzekleinen Schritt in die Zukunft vorausberechnen. Wenn man sich auf gängige Größen aus der Quantenmechanik bezieht und annimmt, dass die Planck'sche Länge und die Lichtgeschwindigkeit einigermaßen gesicherte Konstanten sind, dann ergibt sich für Delta T ein Wert von 10 hoch minus 44 Sekunden. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, wie klein diese Zahl ist. Das ist etwa 35 Zehnerpotenzial kleiner, als wir heute messen können. Wir messen heute Zeit in Nanosekunden oder vielleicht in Zehnte-Nanosekunden und sind mächtig stolz darauf, dass wir das können. Aber wir reden hier von einer Nano-Nano-Nano-Nano-Nanosekunde. So einen winzigen Schritt von 10 hoch minus 44 Sekunden die Zukunft abzuschätzen, wie man sich verhalten wird, ist also nicht wirklich schwer. Was das System dann jedoch macht, ist, es nimmt an, dass diese Verhaltensprognose stimmt und es berechnet dann einen weiteren Delta-T-Schritt in die Zukunft. Man kann auf diese Weise Berechnungen beliebig weit in die Zukunft durchführen. Es gibt aber vielleicht eine Grenze, wie weit man dabei gehen möchte. Denn mit jedem Schritt nehmen die Annahmen bezüglich früherer Ereignisse zu und wenn man nur einen einzigen Fehler gemacht hat, stimmen alle Berechnungen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Sobald man aber diese Berechnung einmal durchgeführt hat und man merkt, dass eine Annahme falsch war, muss man nicht das ganze System neu berechnen, sondern nur die von der Annahme betroffenen Aspekte. Wenn also jemand seinen freien Willen nutzt und etwas macht, was das System für nicht möglich gehalten hat, dann muss es ab diesem Zeitpunkt die Zukunft für diese Person neu berechnen. Aber für alles andere, was davon nicht direkt betroffen ist, ändert sich nichts. Dadurch, dass es die Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft gibt, muss das System stets nur auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren und für diese Aspekte eine neue Zukunftsprognose berechnen. Deshalb muss nicht das ganze System permanent neu berechnet werden. Die Datenbank hat noch eine weitere wichtige Funktion. Wenn uns die Experimente der Quantenphysik zeigen, dass unsere Realität auf Wahrscheinlichkeiten basiert, wo kommen diese Wahrscheinlichkeiten dann her? Wenn wir eine Messung durchführen und das Ergebnis der Messung den wahrscheinlichsten Zustand des Messobjekts zeigt, woher stammt dann eigentlich diese Wahrscheinlichkeit? Sie stammt aus der Datenbank für die wahrscheinliche Zukunft. Die Datenbank ist ein zentrales Element, das zur Berechnung unserer Realität benötigt wird. So funktioniert unsere Realität, sonst würden wir nicht diesen Effekt des Kollabierens der Wahrscheinlichkeitsfunktion zu einem physischen Teilchen sehen. Dieser Prozess beginnt mit einer Wahrscheinlichkeit, die in der Zukunft liegt, denn die Messung findet in der Gegenwart statt. Die Gegenwart ist der einzige Zeitpunkt, zu dem man eine Messung durchführen kann. Nach dem gegenwärtigen Moment gibt es eine riesige Menge an möglichen zukünftigen Ereignissen, zukünftige Entscheidungen, die man treffen kann, oder zukünftige Handlungen. Alles versehen mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit. All diese Daten sind in der Datenbank für die wahrscheinliche Zukunft gespeichert. Dann gibt es den gegenwärtigen Moment, und auf der anderen Seite des gegenwärtigen Moments befindet sich die historische Datenbank. Diese Datenbank teile ich in zwei Teile auf. Der erste Teil repräsentiert alles, was wir tatsächlich getan haben, unsere Entscheidungen und so weiter, den Ball, der etwas weiter den Berg runtergerollt ist. Das entspricht unserer tatsächlich realisierten Vergangenheit. Alle theoretisch möglichen Optionen, die wir jedoch nicht ausgewählt haben, wandern in den zweiten Teil der Datenbank, welche die nicht realisierten Aspekte unserer Vergangenheit speichert. Im Grunde ist das eine riesige historische Datenbank, durch die ein einzelner roter Faden läuft, der die tatsächlich realisierte Vergangenheit repräsentiert. Es gibt also die Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft und die Datenbank der Vergangenheit. Und beide sind im Grunde komplementäre Aspekte. Die ganzen Wahrscheinlichkeiten aus der möglichen Zukunft werden zu Wahrscheinlichkeiten in der historischen Datenbank und beschreiben, was möglich gewesen wäre, zusammen mit der einen tatsächlich realisierten Variante. Diese Datenbanken stehen jedem Menschen zur Verfügung. In der Hindu-Tradition bezeichnet man sie als die Akasha-Chronik. Das sind einfach vorhandene Informationen. Beide Datenbanken sind erforderlich, um unsere Realität zu erzeugen. Jetzt habe ich ein paar Grafiken, um diese Zusammenhänge etwas anschaulicher darzustellen. Die Beschreibungen sind etwas schwer zu erfassen. Diese Darstellung hier ist da etwas intuitiver. Der rote Punkt hier repräsentiert unser System. Damit ist sowohl unser physisches Universum als auch nicht-physische Aspekte außerhalb des physischen Universums gemeint, die mit uns interagieren. Das Ganze ist ein Zustandsvektoransatz, den man auch aus Mathematik, Physik oder den Ingenieurwissenschaften kennt. Unser System hat in diesem Beispiel nur drei Wahlmöglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. In Wirklichkeit hat es natürlich Billionen von Möglichkeiten, aber der Einfachheit halber betrachten wir nur drei davon. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen alle drei Optionen in der Zukunft und sind in der Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft gespeichert. Alle drei Optionen stellen somit mögliche zukünftige Zustände dar. Das System trifft also eine Entscheidung, die er durch die rote Linie gekennzeichnet, und nimmt den rot umrandeten Zustand hier rechts an. Ab diesem Moment sind die drei blauen Kreise die nächsten drei möglichen Zustände, aus denen das System auswählen kann. Die beiden Möglichkeiten hier auf der linken Seite sind jetzt Teil der nicht-realisierten Vergangenheit. Das sind die Dinge, die wir hätten tun können, aber nicht getan haben. Die rote Linie ist also der rote Faden der realisierten Vergangenheit, der sich durch die Datenbank zieht. Von diesem rot umrandeten weißen Punkt aus können wir nun einen der drei blauen Punkte auswählen. In diesem Fall entscheiden wir uns für den blauen Punkt oberhalb. Die beiden anderen blau markierten Zustände werden dann wieder Teil der nicht-realisierten Vergangenheit. Jetzt wählen wir aus den drei grünen Möglichkeiten die mittlere aus, und die zwei anderen Optionen werden wieder Teil der nicht-realisierten Vergangenheit. Das Ganze hat hoffentlich meine Erklärung der Datenbanken etwas anschaulicher gemacht. Hier ist eine weitere Grafik, die zur Veranschaulichung des Zeitaspekts dient. Die Zeit in der Mitte dieses Koordinatensystems ist Null, das entspricht dem jetzigen Moment. Von der Mitte aus nimmt die Zeit in alle Richtungen radial zu. Stellen Sie sich das Ganze also als Fläche der möglichen Zukunft vor, und jedes dieser farbigen Elemente auf der Fläche steht für die Wahrscheinlichkeitsfunktion eines möglichen zukünftigen Ereignisses. Das Ganze entspricht also einer dreidimensionalen grafischen Visualisierung der Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft, damit man davon einen intuitiven Eindruck bekommt. Umso weiter man sich von der Mitte entfernt, umso weiter liegen die möglichen Ereignisse in der Zukunft. Und sehr weit außen gibt es nur wenige hervorstechende Ereignisse, die sehr wahrscheinlich sind. In der Nähe der Mitte hingegen gibt es viele hohe Spitzen, die für sehr wahrscheinliche Ereignisse stehen, die in Kürze eintreten werden. Die Z-Achse hier ist mit dem Wort Wahrscheinlichkeit beschriftet. Also umso höher die Spitze, umso höher die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. In der Nähe des Nullpunkts sind also viele Ereignisse sehr wahrscheinlich. Wenn die Zeit voranschreitet, stellen Sie sich am besten vor, wie sich die ganze Oberfläche in ein Loch in der Mitte bewegt und darin verschwindet. Also der gegenwärtige Moment liegt genau in der Mitte und die gesamte Oberfläche bewegt sich von allen Seiten auf diesen Punkt zu. Manchmal gibt es dabei Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie die hohe Spitze hier links außen, die Ereignisse repräsentieren, die weit in der Zukunft liegen, aber trotzdem sehr wahrscheinlich sind. Wenn man diese Ereignisse kennt, kann man eine relativ sichere Prognose für die Zukunft abgeben. In anderen Fällen hingegen ist die Verteilung nicht so eindeutig und mehrere Optionen sind gleichwahrscheinlich. Dort herrscht also große Ungewissheit. Einige dieser Ereignisse sind in Richtung der Zeitachse gestreckt. Da weiß man nicht genau, wann sie eintreten. Andere sind radial gefächert, da wissen wir nicht genau, was passieren wird. Das war also ein Blick auf die Datenbank der wahrscheinlichen Zukunft. Visualisierungen helfen manchmal dabei, das Ganze etwas verständlicher zu machen.